Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 Online. Ich bin mal hier Mitglied eines CEOs und wir wollen gleich mal hier ein paar Autos verschieben. So, mal gucken, wie das hier so funktioniert. Ich habe nämlich auch nicht so einen genauen Durchblick. Meine Freunde sind leider nicht online, also meine Online-Freunde. Was mich ein wenig stutzig macht. Wurden die eventuell gebannt? Ich weiß es natürlich nicht. Schon alles sehr suspekt. Ich habe natürlich auch noch nicht nachgeguckt, wann die das letzte Mal online gewesen sind. Kann man das heute mal? Kann man sich nicht Getränke kaufen? Kann man so schon mal mitnehmen? Weiß gar nicht, kann man die eigentlich auch bevorraten? Oder? Ah, okay. Oh, ähm, brauche ich so was? Da muss entfernt werden, damit seine Frühe Besitzer... Okay. Auswählen. Peilsender. Entfernen. Nur mal ein Schild. Okay. Hm, ja. Blaufweiß. Achso, ja. Lackierung. Primärfarbe. Aha, aha, aha. Äh, Metallic. Uh, Kabot-Schwarz. Okay. Äh, was haben wir noch? Sekundärfarbe... Chrom. There you go. I bet the buyer doesn't even notice when you drop it off. Äh, ja. Leistungsvermesserung. Leistungsvermesserung. Zugehen. Verkleidung. Stoßstangen. Oh. Front Stoßstange. Hex Stoßstange. Diffusor. Jawohl. Auf jeden Fall Motorhaube. Mit Einlass. Machen wir das. E-Hupe. Scheinwerfer. Xenon natürlich. Neon Kids. Äh, Front und Seiten. Ja, hier komm. Kostet ja nix. Neon Farbe. Pony Pink. Das ist super. Das lassen wir so. Dach. Äh, genau. Dachlufthutze. Seitenverkleidung. Mhm. Nehmen wir auch noch Fenster. Natürlich Limousine. Äh. Okay. Okay. Das ist jetzt nur. Bestätigen. Das ist sicher, dass du die Karossi an Bord bestätigen möchtest. Jawohl. Willig. Oh. Guck mal. Reifen können wir auch noch aussuchen. Felgen. Typ. Äh. Luxus. Chromfeld. Natürlich. Ähm. Die passen glaube ich ganz gut, ne. Zu dem. Ähm. 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 Reifen. 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 Muster. Tuning. Reifen. Natürlich. Und dann brauchen wir. Dum 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 dum. Gibt's auch hier noch so ein Lila. Lila Reifenquellen. Oder pink. Gibt's pink auch. Ne. Ähm. Rosa. Den. Den nimm mal. So. Ich glaube das sollte jetzt alles gewesen sein. Das ist dann so ein T20, ne. Komm auch mal dazu. So ein Fahrzeug mal Probe zu fahren. Ähm. Man kann natürlich ne Menge da noch verändern. Also was heißt ne Menge. Ist auch übertrieben. Aber ähm. So. Ähm. So. Okay. Machen wir auch noch. So. Ich weiß gar nicht. Ähm. 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 Opa la. Entschuldigung. So. Da müssen wir lang. CEO. Provision. Okay. So. Ähm. 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 Grundsätzlich ist der gar nicht mal so verkehrt, ne. So optisch. Natürlich wieder Nacht. Und man sieht natürlich nicht sehr viel von Fahrzeug. Ups. Entschuldigung. Ähm. Was ist denn hier los? Das leckt glaube ich ein bisschen ne. Äh. Äh. Okay. Ich hab mir so kleine Differenzen ne. Ich hab mir so kleine Differenzen ne. Also ähm. Also ähm. Ich bin bei der noch vor mir und der war mal mal weg. Was aber auch ähm. 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 Oh. Bei anderen Fahrzeugen passiert. Äh. Äh. Was ist denn hier los? Wie weit muss ich denn da fahren? Fünf Kilometer? Ooooooh. Und dann bei diesen Irren hier. Ähm. Schade natürlich dass ähm. Meine Online Kumpels nie online sind. Weil dann könnte ich nämlich nochmal ähm. Den Heißen fortführen. Leider. 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 Ähm. Äh. Stopp. Mal mal lang. Entschuldigung. Ähm. Ups. Leider. 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 Ähm. Irgendwer greift da gerade an. Mal hier müssen wir lang. Ähm. Oh. Oh, 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 oh. Da geht aber ganz schön die Provision runter, ne. Für meinen CEO. Warum? Naja gut, ich bring mal lieber das Rottig und trockene Tücher. Was mich halt so ein bisschen skeptisch macht, dass meine Online-Kumpels nicht da sind. Meine Online-Buddies, wenn man so nennen will. Wie gesagt, hätte ich gern Heist gemacht. Aber so wird das erstmal nur ein einfaches Online-Video bezüglich Export der Fahrzeuge. Was ich glaube ich noch nicht gezeigt habe. Das wird natürlich aber auch nur ein einzelnes Video bleiben. Weil aufgrund dessen da die Heist nicht fortzusetzen sind. Mit Mangels Kumpels, die online sind, werde ich natürlich nur ein Video online stellen. Beziehungsweise gar nicht so viel weiter online mehr zocken. Ich habe zwar vorhin nochmal Vorräte beschaffen können. Für meine Produktionsstätten, also sprich für meine Unternehmen. Allerdings fehlen mir dann jetzt dementsprechend auch wieder die Leute für... Oh. Hoppala. Ähm. Ähm. Warte mal, wo kommt der jetzt her? Der will mich doch verkackern, oder? Na, wenigstens ein Fahrzeug haben wir safe. So. Äh. Eins von zwei Fahrzeugen abgeliefert. Für 123.000. Aber das hat glaube ich, ähm... Der CEO gekriegt. Oder habe ich das jetzt gekriegt? Ne, ich habe 5.000 gekriegt. Na gut, das ist natürlich jetzt nicht, äh... Na gut, das ist natürlich jetzt nicht, äh... Nicht die Welt. Gut, ähm... Oh, guck mal. Äh, Witness Beat, äh... Will ich mich da anschließen? Der war vorhin schon so erbost. So, ähm... Warte mal, kommst du ein bisschen weiter hier runter? Der hatte schon so eine, so eine komische Sprache an sich. Ähm, ich glaube du musst mal woanders lernen. Also wo es ein bisschen... Ebener ist vielleicht. Warte. Ja, ich komme. So. Na, ich glaube das war's mit dem Hubschrauber, oder? Woop. Okay. Na gut. Ähm... Das war dann das Auto vom, äh... Aua. Hubschrauber von, äh... Zio. Und Smarty hat mich vernichtet. Hm. Das ist schon wieder dieser Part, wo ich, ähm... Online-Technisch eigentlich... Ah, warte mal. Also er hat auch kein Auto. Ähm... Warte mal, äh... Fahrzeuge. So, Lieferung ist unterwegs. Was war das gerade? Äh... Der Wapper am Start. Okay. Was auch immer der mit sagen will. Äh, warte mal, ich hab doch hier drüben noch ein Auto. Das ist viel cooler. Ähm... Das ist auch wieder viel mehr CEO-würdig. Genau. So. Ähm... Ich weiß zwar gar nicht jetzt genau, wo ich jetzt hinfahren soll. Aber... Ähm... Wo muss ich überhaupt lang? Dank. Dank Dachs. Ich möchte gerne auch mein Auto kaputt machen. Ähm... Aber... Genau. Scheffel geht mir den Weg. Jawohl. 8,6 Kilometer. Da sind wir schon mal auf dem richtigen Wege. Ähm... So. Das war jetzt glaube ich mein erster, ähm... Ähm... Export. Von Fahrzeugen. Äh... Hi. Deutscher Fragezeichen. Jo. Ähm... 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 Warte mal... Ich bin ja gerade am Auto fahren. Ähm... Der Rapper am Start. Also naja gut. Äh... Lassen wir mal so dahin gesteht. Ähm... Ui. Da ist schon mal die Polizei. Ähm... So. So. Ähm... Wollen wir gleich mal gucken. Vielleicht... Vielleicht... Nehm ich da nochmal ein neues Job eingeb... Boot... An. Und ähm... Ähm... Auf jeden Fall konnte ich mal zeigen, wie äh... Dieser Export funktioniert. Äh gut. Ähm... Ob das jetzt so unbedingt notwendig war... Ich weiß es nicht. Ähm... Oh... Mein schönes Auto. Äh... Aber... Ich hoffe trotzdem es war mal ein bisschen informativ und interessant. Ähm... Kennen wahrscheinlich schon einige sowieso schon ohnehin. Und äh... Ich denke mal... Da meine Online-Videos jetzt nicht so gefragt sind, äh... Werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr äh... Weitere Online-Videos online stehen. Außer halt wirklich ähm... Es geht nochmal um die Heist... Also sprich um die äh... Raubüberfälle. Ähm... Das würde aber voraussetzen, dass ich erstmal wieder äh... Äh... Meine Buddies hier erreiche. Und äh... Mit denen halt wieder ähm... Ein paar Raubüberfälle, beziehungsweise die Vorbereitungen für äh... Durchziehen können. Wuhu! 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 Ups, da da. Na, da sieht man auch von hinten auch schick aus. Das sind vier Kilometer, wo willst du denn hier hin? Dann sollte man ein bisschen Gas geben, wa? Wuhu! 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 Auf jeden Fall kann ich mal ins CEO mal ein bisschen spazieren fahren. Und äh... Wir sehen nochmal ein bisschen meine... Ah, was ist das drüben für ein Kassi? Äh... Mann, ey! Kinder, ey! Ich weiß nicht, das hat auch irgendwie sowas, äh... Ähm... Sowas No-Skill-mäßiges, wenn man hier, ähm... Mit so einem bescheidenen, äh... Dings kommt hier. Ich meine, das kann jeder, ne? Mit so'n, äh... Kubuma... Ähm... Was, wir konnten mal wieder? Wo schießen wir nicht? Warte mal, ähm... Oh, Mann, ey! Ich hasse das! Das ist genau der Grund, warum ich keinen Bock habe auf Online! Weil, ähm... Alter, ich will einfach nur Geld verdienen! Und nicht so'n Schwachsinn hier machen! Äh... So, warte mal, hier ist das Feuerwerk, das hab ich auch noch! Oh! Oh! Ähm... So! Kommt dann mal wieder, der... Vogel! Ah, Mann! Oh! Ich hab Geld verdient! Und doch wieder Geld verloren! Aber egal! So, noch drei Kilometer ist bis zum Ziel! So, mit dieser kleinen Unterbrechung, äh... geht's dann noch wieder weiter! Aber wie gesagt, es ist natürlich wieder, ähm... sehr armselig! Ähm... Was war das? Ähm... Und ich werde das Gefühl nicht los, dass, ähm... Online halt auch durch, äh... Hacker, beziehungsweise Modder, irgendwie glaube ich, ähm... Ähm... Nicht mehr dasselbe ist wie früher! Ähm... Teilweise, dass die, äh... Autos hier vor mir verschwinden oder um mich herum, ähm... Ja, ist sicherlich, ähm... Den Server anzurechnen! Ähm... Den... Den Servern an sich! Ähm... Aber ich denke mal, weil auch, äh... so eine gewisse... Äh... Anfrageflut entsteht durch diese Modder! Geh ich mal stark von aus! Bin kein Fachmann, aber... Ich denke mal, irgendwo in diese Richtung wird das dann gehen! So! Aber, ähm... Ich habe meinen CEO, meinen aktuellen, ähm... erfolgreich jetzt, äh... gleich zu seinem Zielort gebracht! Und, ähm... Ich werde diesen Moment auch dafür nutzen, dieses Video zu wenden! Weil ich denke mal, ähm... Ähm... So aufregend war das Video jetzt auch wieder nicht! Ähm... Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, es hat euch ein bisschen gefallen und unterhalten! Ähm... Wieder zurück in LSP-DFR! In... Ups! Und wir beamen uns kurz rein! Äh... So! Und nochmal hier wieder! So! Und das Schlussbild! Dann macht es gut, ne! Man sieht sich! So! So!